Herzlich Willkommen in meinem Kanal XX Manpower. In diesem Video stelle ich euch einen ganz neuen Lösungsweg vor, mit dem man den Zauberwürfel lösen kann. Diese Methode wurde von meinem Arbeitskollegen und dessen Freund entwickelt und immer wieder verbessert. Da die beiden Herren für diese Methode keinen Namen haben, habe ich mir selber einen Namen ausgedacht. Und zwar habe ich die ersten beiden Buchstaben der Nachnamen der beiden Herren genommen. Und daraus ist dann entstanden Nano. Also heißt die Methode jetzt die Nano-Methode. Bei dieser Methode werden die gegenüberliegenden Mittelsteine als eine Einheit angesehen. Das heißt, dass Rot und Orange eine Einheit sind, dass Grün und Blau eine Einheit sind und Weiß und Gelb eine Einheit. Wie ihr am Anfang den Würfel in der Hand haltet, ist völlig egal. Wichtig ist, dass hier oben in die vier Ecken eine Farbe einer Einheit hochdreht. Ich werde Rot und Orange hochdrehen. Ein Orange ist schon hier unten links vorhanden. Der nächste ist vorne unten rechts und den drehe ich nach oben. Hier vorne oben rechts ist noch ein Orange, den drehe ich auch nach oben. Der letzte Stein ist unten rechts vorne, den verstecke ich erstmal auf der linken Seite, drehe die rechte Seite links rum, Unterseite rechts rum, rechte Seite rechts rum. Dass alle vier Ecken orange sind, ist Zufall. Bei den unteren Ecksteinen dürfen keine roten oder orangen Farben nach unten zeigen. Bis hierher solltet ihr den Würfel intuitiv lösen, da es mit bisschen Übung am schnellsten geht. Ich zeige euch hier aber noch eine zusätzliche Möglichkeit, wie man bei den unteren Ecksteinen die roten oder orangenen Steine wegbekommt. Zunächst werde ich erstmal einen Stein nach unten drehen. So, unten befindet sich nun ein roter Stein, der weg soll. Wir drehen den zu entfernten Stein nach vorne, unten rechts hin und machen folgende Kombination maximal dreimal. Und alle Steine, die rot oder orange sind, werden von unten verschwinden. Das war einmal die ganze Kombination. Aber unten befinden sich noch rote Steine. Das heißt, ich muss die Kombination noch einmal machen. Ich habe die Drehkombination nun zum zweiten Mal gemacht. Aber unten befindet sich noch ein roter Stein. Der muss auch noch weg. Und der sollte jetzt beim dritten Mal verschwunden sein. Wie wir sehen, befindet sich unten kein Eckstein mehr, der mit der Farbe rot oder orange nach unten zeigt. Jetzt befüllen wir die unten liegenden Ecken mit orangen und roten Farben. In diesem Fall nur rot, weil die orangen Farben ja oben liegen. Sollten bei eurem Würfel zwei Farben einer Einheit nicht gegenüber liegen, dann seid ihr schon einen Schritt weiter. Haltet jetzt den Würfel so wie ich und macht folgende Kombination. Nach dieser Kombination sollten die beiden in gegenüberliegende Richtung zeigenden Farben in dieselbe Richtung zeigen. Die unteren Ecksteine sollten immer noch mit roten und orangenen Steinen befüllt sein. In meinem Fall nur orange. Diesen Schritt mache ich rückgängig, damit ich euch noch einen anderen Weg zeigen kann. Solltet ihr einen Würfel haben, der nicht hakt, dann empfehle ich euch, die als erstes gezeigte Kombination anzuwenden. Nun habe ich den Schritt rückgängig gemacht. Die unten liegenden Farben sind orange oder rot. Zwei Farben einer Einheit zeigen in dieselbe Richtung und zwei Farben einer Einheit in die gegenüberliegenden Richtung. Ihr haltet den Würfel nun so, dass die vorhin unten liegenden Ecksteine nun nach oben zeigen. Die zwei Farben, die in eine Richtung zeigen, recht unten liegen und die gegenüberliegenden Farben links unten liegen. Jetzt drehen wir die rechte Seite 90 Grad rechts rum, die Oberseite rechts rum auch 90 Grad und die hinten liegende Seite auch 90 Grad links rum. Mit diesen drei Zügen haben wir das gleiche erzeugt, was wir vorhin mit neun Zügen gemacht haben. Welche Kombination ihr anwendet, ist euch selber überlassen. Mit drei weiteren Zügen sollten die unten liegenden Ecksteine mit rot oder orange befüllt sein. Wir halten den Würfel so, dass die befüllten Ecken oben sind, die freien Ecken unten, zwei zu euch und zwei weg von euch zeigen. Dann dreht ihr die linke Seite 180 Grad, die Oberseite 180 Grad, die linke Seite 90 Grad rechts rum. Nun haben wir acht Ecken mit rot und orange befüllt. Jetzt sortieren wir orange zu orange und rot zu rot. Ihr haltet die alleinstehende Farbe oben rechts oder links vorne und dreht die unten alleinstehende Farbe diagonal dazu. Anschließend dreht ihr die rechte oder die linke Seite um 180 Grad, so dass oben und unten sich zwei Paare bilden. Dreht wieder die zusammengehörenden Farben diagonal zueinander und dreht wieder die rechte oder die linke Seite um 180 Grad. Um nun eine Orientierung zu bekommen, drehen wir die richtige Mitte zu den richtigen Ecksteinen. Jetzt haben wir oben ein Kreuz und unten ein Kreuz. Als nächstes bilden wir auf der grünen Seite ein Kreuz, auf der blauen Seite ein Kreuz, auf der weißen und auf der gelben Seite auch ein Kreuz. Auf der gelben Seite befinden sich Farben einer Einheit, gelbe und weiße Ecksteine. Auf der weißen Seite jedoch müssen wir sie von außen nach innen bringen. Wir halten die gegenüberliegenden Farben, die zu der richtigen Mitte gedreht werden müssen, nach rechts oben und machen folgende Kombination. Diese Kombination habe ich euch schon gezeigt. Sie lässt sich sehr gut ausführen, wenn man einen leichtgängigen Würfel hat. Jetzt zeigen die beiden Farben zur weißen Mitte. Auf der gegenüberliegenden Seite zeigen auch die richtigen Farben zur richtigen Mitte. Jetzt suchen wir uns die zwei nächsten gegenüberliegenden Farben, die zur richtigen Mitte gedreht werden müssen und machen die Kombination noch einmal. Danach sollte jede Seite die richtigen Farbeinheiten haben. Seite Blau hat nur grüne und blaue Steine. Seite Weiß nur weiße und gelbe Steine. Seite Grün nur blaue und grüne Steine. Seite Gelb nur weiße und gelbe Steine. Nun sollten bei einem der Außenringe die Ecksteine zur Mitte passen. Als nächstes nehmen wir die Ecksteine, die richtig zur Mitte liegen, nach unten. Suchen auf dem oberen Ring einen Eckstein, der zu zwei Mitten passt. Halten diesen Stein links oben vorne. Drehen den oberen Ring einmal nach rechts. Und machen wieder die gleiche Kombination, die wir schon einige Male gemacht haben. Drehen dann den Würfel um 180 Grad in der Hand und machen dasselbe auf der anderen Seite. Jetzt sollten auf allen Seiten die richtigen Ecksteine zur richtigen Mitte zeigen. In diesem Zustand haben alle Ecksteine die richtigen Positionen. Im nächsten Schritt setzen wir die Kantensteine des oberen und unteren Rings richtig ein. Der mittlere Kantenstein vorne links bildet unseren Puffer. Das bedeutet, dass wir alle Kantensteine, die wir jetzt einsetzen, erst dorthin bringen. Bei mir befindet sich der rot-weiße Stein schon in dieser Position. Diesen kann ich in den oberen Ring einsetzen. Wir verdrehen den oberen Ring so, dass die roten Steine nach rechts zeigen. Und drehen dann die rechte Seite links rum, da die rote Farbe des einzusetzenden Kantensteins zu uns zeigt. Drehen dann den mittleren Ring zu den roten Ecksteinen, so dass sich eine Dreierreihe bildet. Drehen die rechte Seite rechts rum, so dass die Dreierreihe nach oben wandert. Und schauen uns anschließend unseren Puffer wieder an. Jetzt befindet sich dort weiß-orange. Die zwei orangen Ecksteine wieder auf die rechte Seite drehen. Den rechten Ring links rum drehen. Den mittleren Ring links rum drehen. Die fertige Reihe nach oben drehen. Wenn ihr Kantensteine im Puffer habt, die ihr nicht einsetzen könnt, dann dreht ihr den mittleren Ring so lange weiter, bis ein Stein kommt, den ihr nutzen könnt. Bei mir wäre der nächste Stein rot-gelb. Ich drehe die rot-gelben Ecksteine zur rechten Seite. Die rechte Seite rechts rum, so dass die roten Ecksteine zu mir wandern. Setze den mittleren Kantenstein ein. Und drehe die fertige Reihe nach unten. Beim Einsetzen müssen wir immer darauf achten, dass wir fertige Reihen nicht zerstören. Im Puffer befindet sich wieder ein unbrauchbarer Kantenstein. Ich drehe den mittleren Ring eine Position weiter. Jetzt befindet sich dort der grün-gelbe Kantenstein. Diesmal zeigt aber die Farbe, die die Dreierreihe bildet, nicht zu mir, sondern nach links. Wir drehen die richtigen Ecksteine wieder auf die rechte Seite. Drehen aber jetzt die rechte Seite so, dass die beiden Ecksteine nach hinten wandern. Und drehen den mittleren Ring zwei Positionen weiter. Drehen dann die gebildete Dreierreihe nach unten. Wie ihr schon bemerkt habt, drehe ich immer die fertige Reihe weg von der rechten Seite, damit ich sie beim nächsten Einsetzen nicht zerstöre. Der nächste einzusetzende Stein ist grün-weiß. Grün-weißen Ecksteine positionieren. Grün-weißen Kantenstein einsetzen. Fertige Reihe zum richtigen Ring drehen. Oben ist nur noch ein Kantenstein einzusetzen. Im Puffer befindet sich der blau-weiße Kantenstein. Diesen setzen wir noch nicht ein. Stattdessen machen wir mit den gelben Kantensteinen weiter. Ich drehe den orange-gelben Kantenstein in den Puffer. Drehe die orangen Ecksteine auf Position. Setze den Kantenstein ein und drehe die fertige Reihe wieder nach unten und habe nun auch unten nur noch ein Kantenstein einzusetzen. Bei mir ist nur noch der blau-gelbe Kantenstein in den unteren Ring einzusetzen und der blau-weiße Kantenstein in den oberen Ring. Wir setzen erst den blau-weißen Kantenstein in den oberen Ring ein. Dabei achten wir, dass die unfertige Reihe im unteren Ring auf der rechten Seite liegt. Leider ist durch Zufall jetzt der untere Ring auch fertig. Im Normalfall wäre das natürlich sehr gut. Ich werde den unteren Kantenstein nochmal rausdrehen, um euch zu zeigen, wie es eigentlich weitergeht. So, jetzt habe ich den unteren Kantenstein rausgedreht. Der obere Ring ist fertig und die blaue Farbe des gelben Kantensteins muss nach hinten zeigen. Jetzt drehen wir die rechte Seite links rum. Den mittleren Ring links rum, sodass die blaue Farbe des blau-weißen Kantensteins nach hinten zeigt. Die rechte Seite links rum. Den gelb-blauen Kantenstein auf die alte Position wieder zurückdrehen. Die rechte Seite rechts rum. Jetzt mit beiden Kantensteinen gleichzeitig eine Dreierreihe bilden. Und beide Dreierreihen auf Position drehen. Jetzt haben wir die weiße Seite und die gelbe Seite komplett fertig. Im letzten Schritt halten wir die fertigen Ringe links und rechts, drehen die Mittelsteine zur richtigen Seite mit Hilfe des mittleren Rings und schauen uns die Kantensteine an. Diesen müssen wir verdrehen, damit eine Farbe übereinstimmt. Und diesen müssen wir auch verdrehen, damit Orange übereinstimmt. Erst im folgenden Schritt werden wir die Position verändern. Wie wir sehen, ist eine Ecke schon fertig. Das ist sehr gut. Diesen Stein können wir so lassen, da eine Farbe übereinstimmt. Wir halten den Würfel so, dass beide zu verdrehenen Kantensteine auf der rechten Seite liegen. Und machen folgende Kombination. Rechte Seite rechts rum, mittleren Ring links rum. Noch einmal und ein drittes Mal. Nach dem dritten Mal drehen wir die rechte Seite zwei Positionen weiter, rechts rum. Drehen danach den mittleren Ring rechts rum. Das machen wir auch insgesamt dreimal. Die fertige Kante ist noch vorhanden. Bei diesem Kantenstein ist eine Farbe richtig, eine Farbe falsch. Bei diesem Kantenstein ist auch eine Farbe richtig und eine Farbe falsch. Bei dem dritten Kantenstein sollten beide Farben verkehrt sein. Wir halten den doppelverkehrten Kantenstein vorne unten. Der richtige Kantenstein liegt hinten unten. Wir drehen den doppelverkehrten Kantenstein eine Position nach oben. Drehen den oberen Ring 180 Grad. Drehen den mittleren Ring rechts rum. und drehen zum Schluss den oberen Ring um 180 Grad. Jetzt sollte der komplette Zauberwürfel richtig orientiert sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich probe mich einmal an. Ich bedanke mich an dieser Stelle für einen Ring. Aber nicht nur in der Tür. Ich dropped mich an die Mitarbeiter enthalten. Ich habe vorne pulleck'EN es kommuniziert um ö portaatliches Vertrec spectacle.